Guten Tag meine Damen und Herren, ich habe hier wieder im Hintergrund ein bereits in der Vergangenheit aufgenommenes Gameplay, damit ich mich jetzt während ich labere besser auf euch konzentrieren kann. Ich wollte mal wieder Danke sagen, denn gerade im Moment ist es echt krass, also wie aktiv ihr am Start seid, wie viele Kommentare immer da sind, die Likes und hin und her, wie viele Leute zu den Streams kommen und da auch ordentlich reinhasseln, es ist einfach geil. Vielen, vielen Dank dafür. Ich denke, die Giveaways, bei denen die Aktivität belohnt wird, sind ein guter Weg, um weiter zu wachsen. Es ist deutlich besser wie halt eben dieses Abonniert mich und dann hat man 18 Millionen tote Abonnenten, die man da mit sich rumschleppt und die einem gar nichts bringen. Da ist diese Aktivitätsschiene einfach tausendmal besser, weil die Leute, die mitmachen wollen, sich mit dem Content auseinandersetzen und dann auch entscheiden, ob sie da bleiben oder nicht. Und selbst wenn man nur für einen Giveaway aktiv ist, hilft man trotzdem diese 10 Tage lang, den Kanal weiter anzuheben, denn mit jedem Kommentar, mit jedem Daumen nach oben und so weiter und so fort, mit jedem geschauten Video wachsen wir und werden größer und werden auch besser vorgeschlagen. Das ist natürlich viel ergiebiger, wie wenn sich jemand sagt, ha, ich abonniere jetzt einfach nur und wenn ich den Skin habe, dann deabonniere ich wieder oder sowas. Die Aktivität ist da, sie kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, die Videos werden geboostet und ja, ich denke, das ist wirklich ein guter Weg, um zu noch mehr Größe zu gelangen. Und noch mehr Größe heißt für uns, beziehungsweise für euch ja auch noch mehr tolle Skins oder Spiele oder sonst was, Sachen, die ich raushauen kann, weil ich immer mehr Partnerschaften bekomme, wo ich dann eben solche Sachen reinkriege, so wie die ganzen Knives auch. Anfangs kamen die ganzen Knives von euch, also ich habe von euch die Knives geschenkt bekommen, um sie wiederum zu verschenken und seit einem halben Jahr oder seit mittlerweile sogar sieben oder acht Monaten könnte ich jeden Monat von Skinbaron einen Knife bekommen zum Verschenken. Manchmal hole ich einen Knife, manchmal mache ich mit dem Werbeetat, sage ich mal, auch ein Case Opening, wobei dann auch wiederum Skins für euch rauskommen. Also das ist auf jeden Fall hilfreich für alle, wenn wir wachsen, weil es ja oftmals so verschleiert ist, also die YouTuber sagen, ja cool, wir wachsen und dann kann ich für euch noch tolleren Content machen. Logischerweise kann sich ein YouTuber eher an Videos dransetzen, wenn er finanziell unabhängig ist, also wenn er tatsächlich komplett alles, was er braucht, über YouTube, Twitch und Co. bezahlen kann, dann kann man sich auch viel, viel eher an Dinge hocken, weil man nicht mehr nebenbei arbeiten gehen muss und so weiter. Also der Satz macht auf jeden Fall Sinn, ist komplett logisch, wenn die Leute auch in ihren Spenden-Ding ins Reinschreiben, hey, alle Spenden münden in bessere Videos oder sowas. Auch weil man sich ja viel Equipment und sowas kauft. Aber es gibt eben auch Dinge, die man dann so richtig zurückgeben kann, wenn man Partnerschaften hat, also auf Counter-Strike bezogen mit Skin-Seiten oder mit irgendwelchen Spiele-Seiten, wo ich dann Random-Games raushauen kann und so weiter. Das hilft uns sozusagen in beide Richtungen. Also vielen, vielen Dank dafür. An sich ist es auf YouTube gerade extrem hakelig, also die Abo-Geschichte, dieser Anstieg, aber das ist halt mal schnell, mal langsam, was soll man machen? Dafür sind die Kommentare, die Likes und so weiter wieder dick angestiegen. Auch die Gesamtklicks steigen an durch eure krasse Aktivität und auf Twitch wachsen wir auch jetzt im Moment schneller als auf YouTube. Es ist immer ein Hin und Her. Ich habe mich da früher ziemlich versteift auf die Zahlen, aber jetzt bin ich da zum Glück nicht mehr so dahinter, weil es einen auch ein bisschen kaputt macht dann natürlich. Wenn man rein hustlet die ganze Zeit, also ewig lange einfach 150% gibt oder 200% und dann das Wachstum sogar eher einbricht, das kann auf jeden Fall zu ganz unangenehmen Gefühlen führen. Deswegen sollte man auch so als Tipp an alle YouTuber, falls ja unter euch welche sind, guckt nicht so auf die Zahlen. Lieber gemütlich weiterhasseln, immer mal wieder einfach was Chilliges raushauen, damit man sich nicht kaputt macht. Es ist echt und das hätte ich niemals gedacht. Der hätteste Beruf, den ich jemals gemacht habe, also der Medienproduzent, das ist schon je nachdem wo, an was und für wem man arbeitet, eine harte Geschichte. Und ich habe in meinem Leben schon einiges Hartes gemacht, sage ich mal. Also ich habe schon kommissioniert in einem Lager rumgefahren und Kisten gestapelt und rumgetragen und so ein Schotter. Oder ich habe als Roomboy mal gearbeitet in einem Hotel. Ich habe in einem Labor gearbeitet, als Chemiker eben. Ich war mal im Forstamt. Also ich habe schon einiges gemacht und wenn ich es jetzt so vergleiche, ist es echt, es kann krass sein. Aber es kommt wie bei allem auf die Kopfsache an und ich bin gerade sehr zufrieden. Einfach wie wir so vor uns hinwurschteln. Ich kann mich ja schon bald in jedem Video bei euch bedanken für die Likes und so weiter, weil es immer schneller, also jetzt gerade gestern oder vorgestern, habt ihr, ich glaube, innerhalb von den ersten 24 Stunden 100 plus Likes auf ein Video draufgekloppt. Das war echt krass. Also bis vor ein paar Wochen, ohne sich jetzt auf die Zahlen ultra zu stürzen und hin und her, waren es glaube ich so 60, 70. Und jetzt hustelt ihr so rein, das ist krass. Natürlich kann das auch wieder fallen oder noch weiter ansteigen. Und es liegt an uns, ganz klar, an dem, was ihr macht und an dem, was ich mache. Und ja, einfach nochmal vielen Dank dafür. Es ist einfach schön und das muss ich euch immer mal wieder so zwischendurch einfach sagen. Das ist meistens so, dass ich das realisiere, wenn ich gar nicht so hier mit den Gedanken bei der ganzen Geschichte bin. Ich bin zum Beispiel draußen und wurschtle an irgendwas rum und da lerne von mich hin oder sowas und dann komme ich zurück und gucke kurz in die Kommentare rein und da sind es einfach wieder 30 mehr, obwohl ich gerade eine Stunde davor welche beantwortet habe und die Leute, ey, toll, was du machst und so weiter. Und das ist wirklich, ja, das ist schön. Jetzt kommen übrigens noch die Gewinner des Giveaways. An alle, die da jetzt nicht aufgezählt werden, seid nicht traurig, das nächste startet bereits jetzt die kommenden paar Tage. Ich mache direkt wieder eins, ein richtig geiles, also freut euch schon mal drauf. Aktuell haben gewonnen Trains4LifeTV, The Gaming Code, Joschka Fischer, Andreas G und Gehirnwissen. Ihr fünf schreibt mir dann bitte hier unter dieses Video, oh, ich habe gehört, ich habe gewonnen. Dann gucke ich, ob ihr der echte Gewinner seid und frage euch dann nach eurem Trade-Link. Sobald ihr mir den geschickt habt, gucke ich wieder, ob ihr der echte Gewinner seid. Es könnte sein, dass sich jemand einen Zweiterkont macht und an der Stelle dann einfach antwortet mit seinem Trade-Link. Das heißt, dann überprüfe ich wieder, ob das der echte Gewinner ist und dann schicke ich den Trade raus. Achso, und ihr habt ab jetzt zehn Tage Zeit, euch zu melden, also an alle Gewinner. Haut ordentlich rein. Vielen, vielen Dank für alles, Leute. Macht's gut. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.